Pac-Man und Ghost, die beiden sind nicht gerade die besten Freunde. Der Grund liegt auf der Hand, denn Ghost will Pac-Man am liebsten fressen. Doch Pac-Man will nicht ganz so kampflos aufgeben und ergreift die Flucht. Die Jagd hat begonnen. Schon seit über 30 Jahren begeistert der japanische Klassiker Pac-Man seine Fans. Und jetzt gibt es für die Liebhaber des Spiels endlich Pac-Man und Ghost zum Anfassen und selber steuern. Das Set besteht aus Pac-Man und Ghost und mit den beigelegten Joystick-Controllern kannst du sie kinderleicht steuern und in sechs Richtungen bewegen. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt zwischen 5 und 8 Metern. Und als Bonus lässt sich mit einer Taste auf der Fernbedienung der original Pac-Man Sound dazuschalten. Die RC Racers machen richtig süchtig, fast wie das Originalspiel. Und außerdem sind die Figuren ein klasse Hingucker auf deinem Schreibtisch. Und damit der Spaß richtig losgehen kann, benötigst du noch 10 Batterien, die leider nicht im Lieferumfang enthalten sind.